Zum Geburtstag alles Gute wünschen wir dir heute hier. Der Studienfachbereich Elementare Musik, Pädagogik, hier an der Musikakademie der Stadt Kassel-Louis-Spoa, probt momentan mit Volleifer an dem Kinderkonzert Hört Beethoven, das am 16.12. hier im Konzertsaal Premiere feiert. Zur live gespielten Klaviermusik hören die Kinder Gesang, sie sehen Schattenspielszenen, Schauspielszenen und Tanz. Lassen Sie sich überraschen, wir haben uns einiges ausgedacht. Untertitelung des ZDF, 2020